also ich bin hier nach links und dann irgendwie ich weiß gerade echt nicht immer wieder meine speedrun taktik durch rennen als wäre es einfach ein einfaches game hallo und probieren trotzdem alles mitzunehmen auf zu blocken da ist eine flamme entstanden ein stimmt das war ich hier du musst hier außen danke diesmal habe ich es aber verkackt und beim fallschaden was ist das so und und rollen dann ganz weiten sprung ohne getroffen zu werden die falle auslösen und hier rein aber geht da links ist auch nicht dann geht es auch wieder hier hoch ging es ja längst lang aber ist so ist mich verarschen naja und wieder animation dieser werde ich aber den boss kommt schaffen aber aber okay okay du bist weg aber holy fuck laser ja da habe ich eine chance egal ich gebe trotzdem mein bestes hier muss ich hier muss ich auf jeden fall viel rollen unter wasser um dann halt relativ schnell zu sein hätte dir irgendwann speedrun mit mir davon sehen ich weiß es nicht aber wieso nicht naja muss ja bestimmt nur ziemlich viel merken aber ha jetzt habe ich daran gedacht weg zu rollen seht ihr diesen einen skip ok das geht leider nicht man kann nicht schnell genug den zweiten sprung machen es so sachen muss ich ausprobieren hat auch eine rolle hinbekommen und hier lang ich hasse diese sprung habe schön noch abgeschossen und wieso wieso schief kann die wand bin dann deswegen vergiftet gefällt mir nicht kiff macht ziemlich viel schaden ein bisschen timing und wui und wui und wui das war wieder so schlecht an diesem mal sterbe ich hier nicht an diesem mal sterbe ich hier nicht an da auch nicht oh dieses Viech dieses Viech ok ok das war auch wieder zu knapp ok und spawnen sehr schön und jetzt wieder boss time oh yeah was hast du gerade gemacht hör auf mich anzuschauen dann esse ich kurz was au 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 gott ha ich muss immer wenn er zu mir schaut muss ich einfach die seiten wechseln und so ist er die ganze zeit in der selben animation will die gleiche attacke machen und er ist tot tricks und tipps mit nico weiter geht's erst mal beten und hallo wappenfragment kann ich bitte etwas machen ok 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 mein mental ist nichts es ist einfach ein ah was bringt die fmg für ok i don't know ich kann nicht teleportieren muss ich ja einfach wieder zurück ich habe mein wappenfragment und fertig ok gehe ich halt wieder war diese kiste ich glaube das sollten wir wollen immer wenn ich hier rausgehe ich bin mir nicht sicher aber was für eine range hast du holy die imitze billet invincibility frames schweres wort geschafft der unten ist immer noch nicht okay geht schneller so und hier wieder lang mann ich komme voran in diesem spiel hallo bett dann bete ich halt hier noch mal backtracking ist immer toll in jedem spiel da gehe ich hier mal nach unten ok ich weiß genau was hier abgeht ich weiß genau dass ich hier lang muss gartenschlüssel was ok ich habe den gartenschlüssel stimmt du bist ein gegner ich immer wieder hoch so schweres platforming ich habe es geschafft was wie ich habe den gartenschlüssel ich bete mal was ist hier der heilige greif das ist hier so ein krall der wird vom licht angestrahlt wir wissen wieso der angestrahlt wird dann gehe ich hier mal nach rechts ich will aber auch wieder zu sans undertale da ist doch bestimmt was nichts ich darf nicht rollen doch es geht schneller ich sehe immer kein wasser wie es dazu sprung plattform ich habe einen gartenschlüssel wo diese transition sie kommst du aus nichts jetzt ganz ehrlich das sah das sieht hier schön aus komm ich krieg dich was ist da werde ich nicht mehr belohnt was bringt es mir hier zu sein es ist schön aber sie war doch nicht unnötig hierher zu kommen ja du bist ein gartenviech und gestern lockt aber auf böse zu seinen start geld jetzt ist eigentlich eine dauerschleife von demselben teil vom stück ich gehe mal hier nach oben gott die map ist viel zu groß muss ich wissen wo ich hin muss war bis sie einfach so leere raum ok das ist ein schalter nein ich habe gerade getrunken nein ich probiere den schalter noch mal zu drücken die rolle spaß was da nicht dein ernst doch war ich habe bestimmt irgendwie rein schon ich krieg das sind krieg das sind krieg das sind krieg das sind ok ok ich glaube man kommt da nur rein beim klein ist oder so also dann wollte ich es jetzt einmal zu schlagen ha 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 ich bin gut ich bin gut am zehnten mal zwar aber ich bin gut um etwas ich glaube du bist böse wenn ich eigentlich böse bin weil ich dich getötet habe verdammt verdammt wo sporn ich denn jetzt egal ja werf halt ein bisschen ich gehe mal hier nach unten hört auf mich mit euren baseball schläger zu töten er zu schlagen ich will kein baseball spielen es gibt so viele möglichkeiten über hin zu laufen wie soll ich mich jemals entscheiden wo ich hin will stirb da ist wieder so teil ok glockenblume jetzt dann da rechts weiter und ich habe mich nicht vergiftet ich bin stolz auf mich auch mein gehört falls ich mal hier runter ach hallo ich kann nicht behelflich sein eine trübe perle wenn er seinen beiden gifte eingeschleift nein die habe ich schon tja was man sie jetzt haben was ich habe ich selber vergiftet so 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 Untertitelung des ZDF, 2020